Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, jetzt ist mittlerweile der 14. Januar. Ich bin echt nicht vorher dazu gekommen. Aber ich möchte meine Spielhighlights von 2017 oder aus 2017 mit euch teilen. Viele haben danach gefragt. Jetzt mache ich es. Ich habe nur drei erste Plätze und dann habe ich nochmal zwei Kategorien genommen, weil da sind zwei Spiele jeweils drin, was mir gefällt. Und dann habe ich nochmal ein paar einzelne Spiele aufgeschrieben, die mir sehr wichtig waren für 2017. Also, das ist ja wie eine, weil die echt gut gemacht sind. So, auf Platz 1 habe ich aber zwei Spiele. Das ist einmal Horizon Zero Dawn. Ich werde wahrscheinlich links, rechts irgendwo Covers einblenden, damit ihr das seht. Und Assassin's Creed Origin. Alle Spiele findet ihr auch unten in der Videobeschreibung mit einem Link. Ja, warum habe ich da zwei Spiele auf den ersten Platz? Nicht, weil ich ein Assassin's Creed Fanboy bin. Damit hat das nichts zu tun. Klar, ich mag Assassin's Creed. Ich liebe die Assassin's Creed Reihe. Aber mit diesem Assassin's Creed hat Ubisoft nochmal eine Spitze draufgesetzt. Also, die haben sich da wirklich in der Zeit, wo jetzt keins kam, also kam ja vor das Jahr gar kein Spiel, nee, davor das Jahr, 2016 kam kein Spiel, nochmal Zeit genommen und haben da wirklich etliche verbessert. Die sind nochmal an den Anfang zurückgegangen, also jetzt in Ägypten sozusagen. Und die haben jetzt einen Adler als sozusagen Drohne eingesetzt und die ganze Steuerung ist anders geworden. Da war ich am Anfang, muss ich sagen, war ich am Anfang auch überhaupt nicht begeistert von, weil ich habe mich da mit den Blocken und so, und jetzt war das alles anders. Und ich muss auch sagen, das war der erste Assassin's Creed, wo ich dann einfach immer mitten in die Menschenmasse rinn. Weil da kannst du schleichen und du kannst auch mitten rinn ins Gemetzel und alle mit den Waffen niedermedern. Das fand ich richtig geil. Also, das hat aber auch mich immer wieder dazu gezogen, weil es einfach geil gemacht ist. Man kann den Charakter aufwerten mit Waffen, mit Klamotten. Das Reit hier kann man ändern. Ja, also da haben sie wirklich ordentlich was drin gepackt. Unten in, guckt mal, ich habe, vielleicht mache ich auch noch einen Link zu meinem Let's Playerin. Ich habe es ja durchgesuchtet. Ich bin jetzt bei über 80 Stunden oder irgendwas bei dem Spiel. Habe es auf Platin gemacht. Es ist einfach fesseln. Und ich habe immer noch ein paar Nebenmissionen offen. Und ich habe ja auch den Season Pass und so. Und ich bin da händeringend und warte auf den Season Pass. Und ich mache auch die Prüfung der Götter und so. Also, Ubisoft pflegt Assassin's Creed viel mehr als in den vorigen Jahren. In den vorigen Jahren war das so, es kam Assassin's Creed raus und es kam ein Season Pass raus. Und dann wusstest du, drei oder vier DLCs kommen und dann ist Schluss. Dann war das. Jetzt ist es so, man kann, man hat, selbst wenn man die Story durch hat, noch so viele Nebenmissionen offen. Die Landkarte ist riesengroß. Mit den DLCs kommen nochmal neue Inhalte dazu, was angeblich die Landkarte extrem erweitern soll. Und zusätzlich haben wir aber auch noch die Prüfung der Götter. Letztens habe ich gespielt, da kam jetzt auch noch Geschenk der Götter dazu und ein neuer Herausforderer. Also, es kommt nach und nach immer wieder noch neues Zeug. Das machen sie bei South Park auch. Ach, South Park habe ich gar nicht vergessen in die Liste zu schreiben. Das ist auch eines von meinen Lieblingsspielen von 2017. Aber sie haben wirklich aus Assassin's Creed, wie wir es kennen, was ganz anderes gemacht. Was aber im Prinzip trotzdem Assassin's Creed ist. Man kann craften, man kann sammeln, man kann etliche Zeug machen und die Grafik ist einfach geil. Die Story ist geil. Deswegen steht Assassin's Creed auf Platz 1 bei mir. Und das zweite Spiel, Horizon Zero Dawn, steht auf Platz 1. Erstmal geile Grafik, geile Story. Die Charaktere ausgewogen, die Zwischenmenschliche im Spiel ist perfekt. Also, ich liebe es. Mit den Robotern und dann ausweiten und kann man seine Waffen erweitern. Habe ich, reine Story, habe ich auch auf Platin gemacht, 60 Stunden oder so. Ohne DLC. DLC habe ich mir später auch neu gekauft für, boah, ich habe es, warte mal, das hat 19 noch was gekostet. Ich habe zugegriffen, wurde Billard, war da halt, glaube ich, für 17 Euro gekriegt. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, das ist das erste von Gorilla Games, die sonst Killzone und so gemacht haben, was jetzt in diese Schiene geht. Deswegen habe ich diese beiden auf Platz 1, weil es wirklich Meilensteine für mich waren in 2017, wo ich sage, what the fuck, wie geil. Ja, also deswegen diese beiden auf Platz 1. Und da konnte ich auch nicht sagen, eins ist eins, das andere ist zwei. Die sind mit dem, was sie bieten und wenn man die Hintergründe sieht, haben die das einfach verdient, auf Platz 1 zu stehen. So, Platz 2 habe ich Mittelerde Schatten des Kriegers gemacht. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher. Ich hatte vorher auch zwei Spiele auf Platz 2 und zwei Spiele auf Platz 3 und so. Es war für mich echt diesmal richtig schwer, da was auszuloten. Was hat mich denn nach Assassin's Creed on Horizon, was würde ich da auf Platz 2 setzen? Und Mittelerde Schatten des Kriegers, deswegen, weil auch Grafik geil, Story geil, es ist sehr fesselnd. Und es hat mich einfach mitgerissen. Deswegen. Kann man nicht anders sagen. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss mal gucken, ich habe es auf einem anderen Account gespielt, wo ich dann noch ein bisschen Ruhe habe, wo ich dann nicht alle Minute angeschrieben werde. Ich bin am überlegen, ob ich da vielleicht nochmal ein Let's Play mache. Bin mir aber, wie gesagt, noch nicht sicher. Ich muss da noch kurz warten. Dann, auf Platz 3, habe ich Prey. Bei Prey war auch so ein Ding, da war ich auch am überlegen. Prey auf Platz 2, Mittelerde Schatten des Kriegers auf Platz 3. Also da bin ich mir immer noch nicht schlüssig, ob es so richtig ist, wie ich es gemacht habe. Bei Prey, das habe ich ja auch gesuchtet wie ein Bescheuerter. Ja, das ist auch richtig geil. Das ist mal was komplett Neues. Du kommst da rein und am Ende, ich will auch nicht so viel verraten vom Spiel, kommt es ganz anders, als man denkt. Und das hat Horror-Elemente, Shooter-Elemente und das ist einfach. Also das hat mich von Anfang an in den Bann gezogen. Am Anfang dachte ich, Prey, sieht ja ganz nett aus. Und dann habe ich sie gespielt und dann hat es mich einfach wirklich in den Bann gezogen. Und ich habe es durchgesuchtet ohne Ende, weil es einfach geil gemacht ist. Das sind meine Katzen ist gut. Das ist mein Platz 1, 2 und 3. Und dann habe ich nochmal zwei Kategorien gemacht. Shooter, weil da habe ich zwei Shooter, die hat ja sehr vom Hocker gerissen und zwei Horror-Spiele. Ich fange mal mit Horror an. Horror ist Resident Evil 7 und The Evil Within. Das sind so Spiele, wo ich sage, also bei Resident Evil habe ich mir auch den Season Pass gekauft. Mit dem Zusatzmaterial, wirklich geil. Dann kamen auch noch Gratis-DLCs raus. Es wird auch gepflegt und ist nicht so, ja, ist jetzt da. Wir machen mal ein paar DLCs und dann ist es gut, wo? Ne, da kam jetzt vor kurzem auch nochmal mit Chris ein DLC. Ist auch VR-fähig. VR habe ich es jetzt gespielt mit Chris. Fand ich im VR jetzt nicht so gut. Weil ich habe Probleme gehabt mit Chris, wenn du denn mit dem Analog-Stick dich umdrehen wolltest, hat es immer so gehackt. Und dabei ist es mir schwindelig geworden. Aber so im Normalmodus, absolut geil. Sehr spannend. Und an einigen Stellen sehr erschreckend, also wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend. Geil. Dann habe ich, wie gesagt, The Evil Within 2 bei Horrorspielen mit drin genommen, weil The Evil Within 2 sich im Gegensatz zu The Evil Within 1 um mehrere Stufen verbessert hat. Bei 1 war die Grafik okay. Sieht auch gut aus. Mit dem PS4 Boost kann man da nochmal ein bisschen rausholen, bei wer denn halt die PS4 Pro hat. Aber jetzt so, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Einstieg in The Evil Within 1. Das war alles so, kam mir am Anfang ein bisschen abgehackt vor. Man wusste halt nicht und mhm, mhm, mhm. Und dann wurde das immer nur nach und nach erklärt. Jetzt ist der Einstieg ein bisschen softer, ein bisschen weicher. Also habe ich das Gefühl. Grafik geil, Story geil. Also deswegen wollte ich es unbedingt auch in der Liste haben. Wartet mal kurz meine Kassen. Ab. Das schneide ich raus oder lasse drin. Ich habe keine Ahnung. Weil die Plänen haben es gerade wieder auf den großen abgesehen. So, dann Shooter. Werdet ihr euch bestimmt schon gedacht haben. Einmal Destiny. Und COD. WWW 2. Warum gerade diese? Destiny habe ich 1 schon gefeiert. 2 finde ich auch geil. Weil bei Destiny ist, das sind 2 verschiedene Shooter. COD ist eher so gegeneinander, aber auch im Team. Ja. Und Destiny ist, liegt bei mir der Vordergrund auf das Miteinander. Gut, bei COD jetzt, Zombie-Modus ist halt auch miteinander. Aber ist halt nur der Zombie-Modus. Und das andere ist alles gegeneinander. Also mit einem Team gegen ein anderes Team. Und bei Destiny macht man mit 2 anderen Leuten, wo ich sage, ey Leute, mit 3, 4 Leuten wäre vielleicht geiler, wenn man das Team von 3 auf 4 oder 5 mal erhöhen würde. Oder 5 mögliche. Wäre natürlich nochmal ein Stück geiler. Wenn man da was, oder auch den Story-Modus, dass man den zu 4, zu 5 durchspielen kann, wäre natürlich bei Destiny 3, Leute. Bitte, 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 bitte. Wäre schon echt geil. Aber bei COD kann man die Story nicht Koop spielen. Bei Destiny kann man sie Koop spielen. Und bei Destiny liegt bei mir der Fokus eher auf das Miteinander. Die Strike-Serie, Story, irgendwelche Missionen machen und sowas alles. Deswegen finde ich es Destiny geil. Und bei Science Fiction. Ich liebe Science Fiction. Ja, und deswegen liebe ich das. Battlefield 1 habe ich jetzt erst gekauft. Deswegen ist es hier noch nicht mit drin in der Liste. Weil das habe ich ja erst 2018 jetzt geholt. Jo. Und COD hat eine hammergeile Story. Ist nur für einen Player. Aber echt geile Grafik, geile Story. Die Story ist bei COD einfach nicht so wie bei Destiny, so Science Fiction-mäßig. Bei COD logischerweise im 2. Weltkrieg. Aber bei Destiny ist es so, wie man es von Spielen kennt. Man macht ein Level, man kriegt ein bisschen Story. Macht ein Level, kriegt ein bisschen Story. So in etwa ist es bei COD auch. Oder eigentlich ist es so auch. Aber bei COD hat man eher so das Gefühl, man ist in einem Film. Man guckt einen Film und dazwischen sind Spielelemente. So kommt es mir jedenfalls vor. Und die Grafik ist einfach geil. Die Story ist hammergeil. Und es spielt sich einfach richtig cool. Muss ich ehrlich gestehen. Es spielt sich richtig, richtig cool. Deswegen diese beiden Spiele. Dann habe ich hier noch auf der Liste, wie gesagt, South Park habe ich vergessen zu schreiben. Weil South Park, ey, das ist so mega lustig. Das habe ich Ende 2017 jetzt gespielt. Das ist... Ich dachte nicht, dass es so der Burner ist. Aber es ist wirklich eins zu eins wie die Serie. Die Sprüche. Man fängt an mit dem Kacken auf dem Klo. Ich habe mich so beölt vor Lachen. Und da habe ich einen Kackmeister gekriegt. Oder wie das heißt. So ein Wappen mit so einem Kackmeister. Ich habe da so oft einen Lachflasch gekriegt. Das war nicht mehr auszuhalten. Und das hat mich so gefesselt. Dass ich das eh nochmal über elf Stunden am Stück gestreamt und gezockt habe. Also das war wirklich... Ich habe es in vier Parts durchgedonnert oder so. Mit fünf, mit sechs, mit elf Stunden und keine Ahnung wie viel. Vielleicht mache ich auch dazu einen Link noch in die Videobeschreibung. Und das war einfach sehr lustig. Und schade, dass es beim ersten Spiel nicht deutsche Synchro war. Beim zweiten jetzt ist deutsche Synchro. Und da will ich mir definitiv auch die DLCs holen. Das ist ein Hammer-Spiel. Das kann ich euch nur empfehlen. Ihr lacht euch so weg. Dann habe ich noch zwei Spiele von Fauni drauf. Natürlich Uncharted The Lost Legends. Uncharted The Lost Legends mit den Weibern. Grafik-Guy, Story-Guy, etwas fesseln. Es ist Uncharted. Sorry, aber es ist Uncharted. Es ist zwar nicht mehr mit Nathan Drake, aber es macht genauso Spaß, bin ich der Meinung. Und mit dem Neuanfang jetzt mit den Weibern. Am Anfang war ich skeptisch. Weil ich mochte Nathan Drake. Ich fand den toll. Aber seine Story ist jetzt aberzählt. Also in den vier Parts. Also in vier Spielen. Jetzt wird es Zeit, dass halt andere kommen. Dass die Uncharted-Reihe modernisiert wird. Mit Weibern oder allgemein. Dass da woanders hingeht. Es ist ja bei Assassin's Creed genau das Gleiche. Wir spielen ja nicht acht, neun Spiele mit dem gleichen Assassinen. Ja, es geht ja. Also es muss ja eine Veränderung kommen. Es muss sich ja weiterentwickeln. Und ich fand die Weiterentwicklung ganz gut. Dann Knack 2. Ich finde es süß. Ich spiele es mit meiner Tochter. Es ist einfach richtig, richtig süß gemacht. Richtig toll gemacht. Leider wieder der Koop-Modus. Nur an einer Konsole. Da würde ich mir echt wünschen, dass es vielleicht onlinefähig wird. Dass man da dann online mit einem Freund, dass man sagt, ey komm, ich hab Bock, ey. Lass uns spielen. Weil bei Shareplay ist es halt auf eine Stunde begrenzt. Und so könnte man sagen, ey komm, hast du Bock? Ja komm, wir spielen mal in zwei Stunden hier. Drei Stunden. Krieg zwei. Würde ich mir wünschen. Dann Elix. Habe ich jetzt noch nicht weitergespielt nach dem Anzocken. Aber das Anzocken hat mich schon angefixt. Und ich werde es auf jeden Fall irgendwann demnächst auch mal weiterspielen. Und ich wollte es unbedingt drin haben, weil es mich halt auch gefesselt hat vom Anzocken her. Und weil es geil gemacht ist. Dann Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands logischerweise. Weil das spiele ich ja momentan mal wieder. Jetzt versuchen wir Predator. Die stellen uns ein bisschen dusselig an. Also scheint nicht so, als wenn wir den Predator platt machen. Aber es ist geil. Es macht Spaß. Und vor allen Dingen, man kann die Story im Koop spielen. Mit einem, mit zwei, mit drei Freunden. Das ist vollkommen egal. Und das ist richtig cool. Und die Story ist auch geil. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, scheiße. Aber es sind Sachen, wo... Ich will euch nicht zu viel spoilern, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Die Steuerung mit den Autos ist manchmal meistens ein bisschen doof. Die sind ein bisschen weich. Aber der Fokus liegt ja auf Schießen. Ich finde auch schade, dass man beim Shooter, wenn man jetzt... Quatsch, Shooter. Wenn man ein Scharfschützen-Niveau hat, dass man nicht so weit ranzoomen kann, wie es eigentlich möglich ist. Halt nur so ein Stück und fertig war. Aber so an sich macht es richtig fett Spaß. Und vor allen Dingen im Team. Mit ein paar Leuten zusammen. Man quatscht in einer Party, dünnsch ist und lacht sich eben weg und macht die Story. Und man... Es macht einfach megamäßig Spaß. So, und dann habe ich noch Wolfenstein 2 drinne, weil das hat mich auch am Anfang sehr geflasht. Also da habe ich das angezockt, auch länger gemacht, als ich eigentlich machen wollte. Weil es einfach geil war. Und ich bin eigentlich nicht so der Shooter-Spieler. Ich habe es auch bei Shooter jetzt nicht mit drin gehabt, weil die beiden Shooter haben mich halt sehr beeindruckt. Und deswegen wollte ich die auf einer Extra-Liste haben für Shooter 2017, was mir halt am meisten gefallen hat. Aber Wolfenstein hat halt auch was. Und ich wollte es unbedingt in die Liste machen, aber ich wollte es halt nicht bei Shootern drin haben. Vielleicht mache ich euch das angezockt auch nochmal mit in die Liste, in die Videobeschreibung. Ja, dann soll es das jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst es einen Daumen oben da. Wenn ihr noch Fragen zu den Spielen habt, einfach in die Kommentare posten. Wenn ihr noch Spiele habt, wo ihr sagt, Mensch, warum hast denn das nicht auf Platz 2 oder 3? Oder warum ist das in der Liste nicht drin? Packt das mal unten drin. Dann kann ich euch dazu sagen, ob ich es gespielt habe, ob ich es nicht gespielt habe und warum es nicht in der Liste ist. Das waren jetzt so die, was mich jetzt 2017 halt geprägt hat und was ich halt 2017 im Herzen und im Kopf noch habe. Wo ich sage, die sind lange noch drin geblieben. Die sind wichtig zu erwähnen. Ich habe auch so viele andere Spiele gespielt, wo ich teilweise den Namen vergessen habe. So Minispiele und auch was längere, was mich jetzt nicht so gefixt hat. Aber die sind das, wo ich sage, wow. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Das ist ja auch nur meine Entscheidung. Es ist meine Meinung, welche drei Spiele mich 2017 am meisten geflasht haben und die zwei Kategorien und dann halt noch ein paar andere Spiele offiziell. Weil ich ab Platz 3 wusste ich echt nicht, was nimmst du jetzt noch Platz 4, 5, 6. Und ich habe gedacht, scheiße, ja. Das Wichtigste sind die ersten drei Plätze und dann halt noch die Spiele, die mich so weiter geflasht haben. So, ich bin dann aber jetzt erstmal weg. Wenn es euch, wie gesagt, ihr fein hat, lasst einen Daumen oben da. Hier irgendwo ist auch ein Abo-Knipp. Könnt ihr abonnieren, kostet nichts. Wir werden heute Abend wahrscheinlich wieder streamen. Also wenn ihr das Video seht, habe ich gestreamt. Ich bin dann jetzt mal weg. Ahoi, sagt euer Odin.